So, Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Oh, yeah. Endlich kann ich wieder richtig weiter aufnehmen. Wir sind wieder beim aktuellen Stand angekommen, mehr oder weniger. Das würde ich jetzt wahnsinnig gerne sagen, wenn da nicht... Du, 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 das hatte ich total vergessen. Ich habe ja in dem einen Level nur 93 Punkte bekommen. Weil mir Sterne fehlten. Und obendrauf natürlich nicht nur Sterne, nein, auch noch rote Münzen. Denn nur Sterne, wisst ihr, sind in Ordnung, aber das geht gar nicht. Aber ich habe tatsächlich im Internet geguckt. Oh mein Gott, ich bin ein alter Cheater und Spoiler und was nicht alles. Rock'n'Roll 4, 5 nochmal. Meine Fresse. Das hätte nicht sein müssen. Hätte ich noch ein bisschen besser im letzten Part aufgepackt, den habe ich mir tatsächlich mal geguckt. Ich gucke mir sonst meine eigene Let's Plays relativ selten an. Außer mal so stichpunktartig, um meinen Titel zu suchen. Wenn ich den Part jetzt nicht mehr so geläufig mitgebracht habe, muss man es ab und zu mal machen. Aber... So, ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Also ist mir Banane gerade. Kann man ja so ein bisschen durchwaschen hier einfach mal. Und zwar knackskabuz, so. Stehst du auf Zunge? Ist mir egal, ob und wenn nicht. Ich glaube, der kommt sowieso wieder, ne? Ja, scheiße. Weil man kann sich jetzt hier einen Leben-Trick holen. Den kennt wahrscheinlich jeder aus Super Mario heute irgendwoher. Ein Leben bekommen. Schön, danke auch. Äh, das mal so als nebenbei. Ne so Anmerkung, so. Flapp. Fange ich heute voll an, den Skillchen raushängen zu lassen, weil ich habe jetzt kein Bock, das Level nochmal zu machen, ganz ehrlich gesagt. Also werde ich jetzt hier mal ein bisschen durchwaschen, ne? Muss ja auch mal sein. Ich will nämlich noch das nächste Level machen, weil ich behellige euch jetzt nicht damit, zwei Parts gucken zu müssen, in denen es um das selbe Level geht. So, gib mir mal ein Ei hier. Danke, 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 danke. Rolle, Rolle, Rolle. Pustekuchen hier. Uah, ja. So, Pustekuchen, los, komm Stein. Komm mit, komm, ja. Sei lieb, komm. Gucci, Gucci, Gu. Ja, genau. So. Denn, einmal, zack, den hier weg. Ich weiß ja jetzt genau, wo was ist. Hehehe. So, Flapp, danke schön. Und, wut. Und, hallo, Blume. So. Zack, kann man den auch mal machen. Brücke gebaut, ne? Über sieben Brücken muss man gehen. Äh, komm mal mit, Steini. Komm. Komm mit, Steini. Komm mit, Kleinstein. Kleinstein, Kleinstein. Passt gar nicht so in das Let's Play, aber ist mir gerade egal. Bam, badam, bam. So, dann hier schieben, Gedöns. Los, komm Stein, schneller. Ich hab, wir essen zeitig. Huch, das wollte ich gar nicht. Äh. Oh. Danke für Ei. Und so. Spende, ne? So, dann hierdurch. Rolle, 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 Rolle. Rolle, Rolle, Sushi, Rolle. Rollt sich selber auf die Rolle. Oh mein Gott. Oh. Huh. Huh. Das war aber schon knapp über die Hakemme, ne? Das muss man mal anmerken jetzt. So. Wo ist der Stein? Äh, danke für den Sternkreis. Flapp da gefühlt der Ding in hier. Äh, wo ist mein Stein? Ach, hier. Das Lepp ist durchgerollt. Na gut, was soll's. Kann er ja machen, wenn er Bock hat. Äh, Sternis, Sternis. Gebt mir Sternis. Nein. Ha. Mahlzeit. Fehlt nur noch eine. So. Diesmal habe ich ja zwei rote Münzen mehr. So, den der legt abgeschossen. Mach mal auf hier. Mach Ecke das auch mal auf hier. Also, dadurch, dass das jetzt wieder zehn Minuten dauert, hätte ich dann das nächste Level nicht mehr geschafft. Da hätte ich nämlich keinen Mock drauf. Oh, direkt gegen den Stein gelaufen. Der kaputt gegangen. Das ist so wie Mario, ne? Wenn er gegen Gumma rennt, obwohl die gar nichts machen, die Gummas, kriegt Mario erst mal Schaden. Das ist ja immer so, ne? Oh, da macht er dann immer. Und dann, Mama Mia, wenn er gestorben ist. So, Rolle, Rolle, Rolle. Nein, halt. Stopp, 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 stopp. Halt. Oh, da verging den Stein und die Mauer. Das tat bestimmt weh. Halt. Ha. Hochgecheatet. Zack. So. Komm mit. Da, 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 schieb. Ah, Yoshi muss sich vorkommen wie so ein, wie einer, der so ein Auto anschiebt, ne? Bam, ba, da, bam, ba. So, und dann hier hoch. Und natürlich jetzt mal Unterhersprung, ist ja klar. Zack, einmal, zack, zweimal. So, hier brauche ich bloß einmal. Und dann kann das auch schon losgehen. Wenn ich das hier weggestampft hätte. Ich wollte jetzt gerade auf den Schalter rauf. Aber nein, das wäre zu früh gewesen. Hm. So. Zack, und let's go. Rolle, 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 Rolle. So, hier die Münzenbeugner. So, hoch hier. Zack, Herr Ba. Ist doch gerade so ein bisschen laut, ne? So. Bam, ba, da, 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 da. So, den Typ, die da oben liegen, rückst du jetzt einfach mal, weil der mehrherzige egal ist. Äh. Ja, vielleicht auch doch nicht. So, hier war doch auch eine Wolke, ne? Ja. Zack. Uuh. Da. Feier. Baby, komm zu mir, ich brauch dich doch. Ach, da ist eine Blume. Okay. Komm mal her, hier. Schnell, bevor der da oben schießt. Nein, Hilfe. Komm schon. Stein, beweg dich. Los, schneller. Schneller, hopp, 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 hopp. Wir doch essen zeitig. Mit Essen ist Yoshi geizig. Banam. So, hier haben wir ein paar Münzen nebenbei eingesammelt. Geh weg, du komischer Kugelbob hier. Uah, Hilfe. So. Zacken gedöns, zacken gedöns. Schieb, 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 schieb. So, da war keine rote Münze. So, soweit ich weiß. So, dein Hepper knackst hier hoch. Durchgestampft. Denn ein Stückchen geschoben. So, zack. Hier alle eingesammelt. Und da habt ihr schon das liebliche Geräusch gehört. Alle roten Münzen. So, ein extra Leben, was ich nicht brauche. Und einmal in die Röhre reingekrochen. Mann, Mann, Yoshi, du bist schon wieder dein Reittierherrchenmeister und so. Achso, warte mal, ich muss erst mal... Ah, okay. Fail. Oh, halt, nein. Okay, hat auch so getroffen. So, zack. Und hepp. Ciao, boing. Und, danke schön. Die Blume für mich. Nee, nicht heißer werden. Das wäre jetzt echt uncool. Muss man mal so anmerken. Uah, ja. Das war wieder legendär. Mann, Yoshi, komm doch mal. Bäh, Baby. Mach doch immer, was das wäre. Hallo, ist hier noch mal ein Sternkreis? Weil wirklich viele Sterne gibt es an dem Level hier, nicht wahr? Das fällt mir gerade mal eben so auf. Das hätte ich nichts mehr, was noch ein Sternkreis sein könnte. Nö, das ist mir real. Hab alles. Hier, zwei nie Sternis. Kichu. So. Das wäre erledigt. Und der Sternkreis, äh, der Blumenkreis, gibt mir vielleicht ein neues Bonus-Game? Natürlich nicht. Gut, Kakao Yoshi, du darfst weiterspielen. Ba-da-ba-ba-dam. Dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom. Da sind sie wieder meine lieblichen 100 Punkte. Hm, ist doch schön. Und. Dam-dam-dam-dam-dam. Ah, ja, ich liebe dieses Geräusch. Das ist so die Selbstwertbestätigung, dass du noch alles weißt und alles gefunden hast. Und dann hast du einen Chaboing und so, ne? Keine Ahnung, halt. So, aber 4-6 mache ich jetzt auch noch. Oder ich gucke zumindest rein. Ich weiß gar nicht, wann ich jetzt aufgenommen habe. Na, okay, doch. 4-6. Krabbenküste. Bam-ba-ba-bum. Z-pfff, z-pfff. Und so, ne? Keine Ahnung, ja. So, erstmal gucken, was ist denn das hier? Hört sich da konfus aus hier? Ist hier oben irgendwas? Oder warum ist hier noch so eine extra Treppe? Das sieht verdächtig aus. Eika, wird das alles bei mir mal verlächtig aussehen? Ich bin so ein bisschen paranoid, was das angeht. Oh ja, danke für den Leck. So auf den Fisch raufgetreten. Der arme Fisch. So durchgetaucht. So, äh, dann gibt's hier eine rote Münze. Dankeschön. Oh. Ey, jetzt nicht einen Schluck aufkriegen, das wäre scheiße. So, hier ein Panzergedönsen. Komm, wir spucken mal einfach mal da oben hin. Flapp. Mahlzeit. Dankeschön. 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 So, 80 Sterne wären meins. Ist aber auch eine komische Sackgasse. Hier einfach so eine Blume da hinten. So, wiii. Und Splash. Und gleich hier durch. Komm her, hier. Woh. Yoshi. Anlauf und heppah. Ha. Durchgetaucht. Super. So, da oben waren aber auch noch so eine Einbuchtung. Wie komm ich denn da hin? Hallo? Da, da, links. Was ist denn da da? Wie komm ich denn da ran? Das seems aber very suspicious, ne? Das ist ein bisschen verdächtig. Ich finde das voll nicht cool. Mann, wie komm ich denn da oben hin? Da komm ich doch niemals hin. Soll mir keiner erzählen, dass ich da oben hin komme? Nee. Ey, komm, dann kannst du knicken. Na, 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 na. Also, wenn da wird, das wäre ich böse. Dann wird Papa böse, ne? So, hier komm ich ja wo hin? Nö. Wir passen auf ne Wolke. Flap abgeschossen. Wow. Ja. Hallo, Fisch unter meinen Füßen. Oh, cool. Oh, cool. So ein roter Typie. Yoshi, äh, ach so. Oh, das wäre aber eine gute Idee. Mahlzeit. Nebenbei noch so ein Fisch eingesnackt, der mir direkt in die Zunge gesprungen ist. Ganz schön lebensmöde. Ba, ba, da, ba. Bam, so hier noch ein Sechster. Mahlzeit. So. Boah, da wollte noch einmal ins Ei rein. Das ist aber echt cool. Die sind alle ein bisschen lebensmöde heute. Ba, ba, da, da. So, komm mal her, hier. Dankeschön. Boah. Alter. Leck mich doch am Arsch. So, was willst du hier? Flap, 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 flap. Geht das mal ein bisschen schneller hier? Und tschüssi, lieber Panzer. Und dankeschön für die Blume. So, dann wäre er auch erledigt. So, hier habe ich nichts vergessen. Oh, voll den Kopf weggeschossen. Geil gemacht, voll der Sniper-Shot. Yoshi, soll du Torschütze werden. So, hier gehen wir aus dem Weg. Danke. Uuuuh. Oh, schade. What the fuck? Wie komme ich da um in? Ah, so. Okay, das erklärt eine. Uuuuh, shit. Splash erst mal ab ins Wasser. Muss herkommen, ne? Äh, gar nicht so elf hat und alle einzuhammeln. Hilfe, nein. Ciao, boing. Danke für die Blume. So, hier jede Münze mitgenommen. So. Uuuh. Ah, nein. Ah, dankeschön. Swut. So, moin. Warte, vorhin rumgespringen wir hier. Uah. Alter. Hilfe. Was ist, was redet gerade? Äh, okay. Gut. Sag mal. Ist jetzt hier bald mal ein bisschen ganz ruhig. Ganz, ganz, ganz cool. Alles cool, Mann. Solid Gangster. Heppa. So, heppa, cha boing. Ähm. Ja. 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 Wie komme ich jetzt da unten durch? Wuuuup. Bah. Münze. Ha, geschafft. Sekunden da unten muss ich auch irgendwie hin. Und hier ist noch eine Wolke. Was mache ich jetzt zuerst? Willst du das inne? Hm. Das, ah, Sternis, okay. Nein, Sternis, wo seid ihr? Wie das aussieht. Ha, ha, ha. Äh, ja, Mario weiß gar nicht, was er davon halten soll. Aber als Baby weiß man doch sowieso nicht, was man von den ganzen Toys halten soll, ne? Uuuh. So, danke für Münzen. So, und. Alter, ihr, das ist ja maximal. Cha boing. So, gar nicht sprengen. Ach, du Scheiße, ihr wollt ein Schlüssel. Na toll. Wo ist der? Du bist der Schlüssel? Nö, du bist nicht der Schlüssel. Du bist so eine beschissene Leiter. Toll, dann hätte ich meine Sterne besser einsammeln können. Ha, 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 ha. Hm, Fail. So, kurz zu dem Thema. Wo ist der Schlüssel? Höp. Bah. So, hier ist er. Da ist doch noch so ein extra Eingang. Ah, da komme ich da rin. Höp. So, hier. Hier muss jetzt der Schlüssel oder sowas. Ne, halt. Ich glaube, der ist doch unten in der Kiste rin, oder? Ich weiß es wirklich wieder nicht. Ach, ja, komm, die Kiste ist unverdächtiger. Uh, nein. Doh. Gib mir Baby, Mann. Du Arsch. Nein, sag mal. Gib mir Baby. Und dann helft mir doch einfach mal nach oben, hier doofen Fische. Nee, da pissen sie mir die ganze Zeit an hier. Das ist ja furchtbar. So. Flap, 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 flap. Zack, 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 zack. Gut. Denn ich darf ja nicht stampfen, wo kein Untergrund ist, ne? Komm, Fischi. Komm, komm zu Papa. Der ist doch bestimmt nicht umsonst da. Oder? Doch, anscheinend schon. Gut. So, hier standfest, hier kann ich aufmachen Und da ist mein Lüsel, dankeschön Achso, der fällt ja nicht runter Bloß die grünen Koopas fallen runter Ich finde es ziemlich cool, dass in dem Spiel hier Übelst viele Mario-Charaktere drin sind, irgendwie Oh, sag mal Das ist wie bei Links und Wankering gewesen Überall Goomba ist da irgendwie, ja, war cool, irgendwie Muss man mal sagen Hey, hallo, achso, ich muss ja sowieso da unten sein Heppah, so Heppcha-boing Und hier einmal wieder mein Spiele-Safe-State Mal gucken, was der Kiff ist Hä, aber ich hatte doch noch den Schlüssel, oder? Hä? Verarschen? Willst du doch mich verarschen? Wie, den halt nicht einsammelt? Stimmt, die euch fehlte irgendwie Dieses Schoing Hey, halt Hey, 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 hey Hey, what? Oh, nein, 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 nein Baby Ich rette dich Lass mal Haut der hier x-mal ab Also zwei war aber schon wieder verdammt knapp Ich wäre viel zu knapp für meinen Geschmack Gut Ich hab nicht erwähnt, dass ich mich ein bisschen aufladen will Ne, egal Ich glaub, das geht da doch noch nicht, aber ist egal Mach das schon Erstmal Oh, Pengpum So, mal gucken Hier, zack, einmal So, dann werden wir gleich weiter hier oben mit den Döns holen Fuck Nein Ich frage mich mal, warum ich ein Spiel-Safe-Safe-Safe-Machen, wenn ich meinen Verlust, also meine Niederlage sowieso mag zum Tier, weil ich keinen Bock habe, das Spiel normal zu machen Das macht irgendwie sehr viel Sinn, ne Super, die Sterne ist wieder da Nö, schade Hätte ja klappen können Baba Achso, ne, jetzt Musik da oben, ne Genau Mein Gott, Alter Puzzle for a moment, ist ein Witz dagegen So, hier die Tür in der Ecke nutzen Da, ba, da, ba, ba Alter, ist der Wind nicht draußen So, was hier ist? Wird das hier? Wird das hier? Hä? So Neun Münzen und zwei Blumen sieht schon mal nicht schlecht aus Okay Ist hier nur irgendwas Sieht so verdächtig aus hier Alles so suspicious Suspicious Charakter Danke für Sternis Oh, Sterne Oh, wo sind Sterne gewesen? Da waren Sterne Verdammt, jetzt weg ist meine Tropfen, verliebe ich gleich alle wieder Das ist ja wirklich toll Na, sag mal, ich, ich Bin da drauf gelandet Man schmeckt jetzt schön Ja, ihr füllt, das Spiel will mich verarschen Irgendwie So, das wäre erledigt Jaja, hier, Mahlzeit Rühlt's aus Nix hier, springen Yoshi Und klauen dem Baby noch mehr Sterne Gebt mit mich Hier, Mahlzeit, du dober Fisch So, hier so ein Sprunghansi Bam Bam Oh Gott Kommt man da unten drunter durch? Würde ja Sinn machen, irgendwie Mahlzeit, Dankeschön Und Ne Definitiv Komm ich da nicht durch Wie sieht's aus? Pfff, ja Durfte, durfte machbar sein Dann ist halt bestimmt so ein Übergang zum rechten Tor Aber was ist denn diese kleine Mitteleinbucht und da unten? Ja, genau da hast du das für Fische Aha, okay Hm, ja gut Da schwimmen Fische Wozu war das ja da? Da hätte man einfach durchgehen können Ist ja blöd So, Mahlzeit Ach, du Scheiße Die schon wieder Riege auch richtig gerne Äh, Tschüssikowski so Danke, springender Scheigei Der ist ganz schön Schei, wisst ihr? So, Mahlzeit hier Gebt bloß weg Du Mistvieh, Alter Kannst mich mal Veräppeln kann ich mich auch selber Komm, Grüner Mahlzeit, Dankeschön So, der springt mir zu viel Scheiße Das wollte ganz cool sein Ha Ich denke trotzdem Oh, Eier, Eier, Eier ist gut Mahlzeit Mahlzeit Oh Oh, wenig Speicherplatzmeldung Das gefällt mir ja gar nicht Hehe Ups Ich glaube, dann kriege ich das Level doch nicht mehr fertig Scheiße So, viel zu dem Thema So, erstmal hier Ne Hä, was mache ich denn jetzt zuerst? Warum ist der Tipi schon wieder da? Uuuuh, ja Okay Das, äh, confuses mich jetzt, ne? Gut, Freunde Anhand der wenig Speicherplatzmeldung Werde ich ganz schnell mal Safeset machen Und ganz kurz unterbrechen Und altes Roma-Trainer löschen Ich bin gleich wieder da So, Freunde Weiter geht's Wieder 20 GB frei Das dürfte für den Part jetzt erstmal reichen Äh, ich muss hier unten lang Ich hab jetzt geguckt, weil ich nicht wusste Geht's hier weiter oder geht's da weiter Und wo ist die Sackgasse Und wo nicht Und die ist definitiv wir Allerdings machen will ich das, was hier drin ist Nicht wirklich Weil das war ziemlich alt Äh, Mann, oh Hm Hm Deine andere weiß jetzt vielleicht schon, was das hier bedeutet Nämlich Ich muss das Ding benutzen Um den Raum hier zu erkunden Das ist ein ganz schöner dummer Kunde, muss man mal sagen Und hier natürlich in die Stacheln fallen Heißt One-Hit-K.O. für dich Für jeden Whatever So, danke für die Münzen Gleich noch ein paar einsammeln Ist mir egal eigentlich So, Eier werde ich so für Sumpa mitnehmen Danke Bam, bam, bam So, alle sechs im Schlepptau Ja, genau Mahlzeit, danke Äh, ich hoffe, ich fall hier nicht frühzeitig runter Das wäre ziemlich fail So, Freunde Wünscht mir Glück Jumping Yay, geschafft Also, ich weiß noch ungefähr, was ich hier machen muss Das ist mein Vorteil gerade So Aber hier runter muss ich auch nochmal Und dann nach rechts Gut Wer auch erledigt Bam Zack Na komm, nimm das auch noch mit Wenn wir schon mal hier sind, können wir es auch komplett machen So, jetzt muss ich da raufspringen Fail, Mann So, das verkacke ich nämlich ganz gerne Aber hat sehr gut funktioniert Los nach oben Yay So Hier wieder raus Hier wieder runter Ha, gut Geschafft Ohne zu sterben Das ist schön Da war, glaube ich Also, wenn ich jetzt gestorben hätte Ich definitiv den Safe-Sit benutzt Wenn ich gerade beim ganz kurzen Cut benutzt habe Das könnt ihr wissen Also jetzt, um mal jetzt hier nicht irgendwie Mich jetzt in unschuldige Blicke zu stellen Das hätte ich jetzt definitiv auch genutzt So Ja, tut mir leid, Typie, kommst du spät So, den hier werde ich von unten schön in den Arsch schießen Hier kommt mal voll in den Ass Oh yeah Voll in den Ass Und Voll in den Ass Überall werde ich hier von Eiern bespuckt Von oben, von unten Überall kommen sie geflogen Flap, 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 flap Schön abgeräumt Ah, guck mal hier Zack Sternis von mir So, dann hier noch aufmachen Danke Und jetzt finden wir nur drei rote Münzen Und eine Blume Sollte doch machbar sein Babam Hoffe ich Ich hoffe es einfach mal So, hier ist auch wieder eine geile Mucke Und da ist erstmal ein roter Münzen-Typ Ja, toll, danke Blöde Arschgeige So, Eier, Mahlzeit, Eier, Mahlzeit Hier, Rot-Gelb-Rot kann sich mal verpieseln Weil ich will Rot-Gelb-Brühen Und was heißt Ready for the Ampel, ne So, da ist mal Blümstirn Und da ist die dritte rote Münze Da, dann werde ich halt geklärt So, wir kommen hier aber an die Münze ran Äh, an die Blume Wir verheugen Dem erstmal die Schuhe weg Ha, ha, ha Ist doch voll mies Papadapapa Ja, danke Du mich auch Ich glaube hier muss ich wieder mal Sterne benutzen Am Ende Denn am Ende Och, Mann Alter, du Wichsbühe Du böser, böser Cooper So, Flap irgendjemand hab ich da recht rumgeschossen So, aber Wo ist denn jetzt da Dinge dafür Ich muss da da irgendwie hinkommen Da komm ich doch niemals hingesprungen Das hat mir keiner erzählt Äh, ja Hm Guck mal hier Flap-Mahlzeit Flankopisch was Ist das übel So, jetzt muss ich mal gucken Wie war denn das So, hier ist auf jeden Fall nischt mehr Außer die paar Spaten Ja, was waren hier doch aber noch, ne Das ist schon mal scheiße Jetzt kommen die bis dahin Scheiße Ja, toll Genau, das wollte ich eigentlich nicht Schnell Wie komm ich jetzt da hin? Hä? Macht irgendwie gar keinen Sinn Fail Und nu? Wartet mal Ich hab ne andere Idee Erfordert vielleicht so ein paar Eier Äh, ja Okay, das vielleicht nur nicht So, einfach so halt noch Ah ne, ich hab das gelbe Eier Nur aufgeschleckt So, da wäre auch Das auch erledigt Fehlt bloß noch Eine rote Münze Und ich glaub die war Moment Jetzt muss ich mal gucken Nein Scheiße Kann ich nochmal zurückgehen? Ja Oh, perfekt Haha Manchmal muss man einfach die Chancen Die man hat auch nutzen Heißt raus und rein Bam, bam, bam Ah Ich glaub ich muss dann eins anders aktivieren Und dann müsste das eigentlich klappen Wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle Wie es sein soll am Ende Nee, so ist es nicht gemeint Achso, doch, warte mal Ich glaub schon Okay, drüber Panzer So, weil jetzt geht's ja von rechts nach links Und das heißt Ah Haha Perfekt Ja, die Hepanne hoch ist mir sehr Und du bist der Letzte Den ich noch brauche Um das Level zu completen Oh yeah Das wär wieder mal Erledigt So, hier damit der nächste Was auch immer farbige Yoshi jetzt hat Geben wir ihm noch ein paar Eier mit Wow Irgendjemand hat da gerade so ne gelben Dinger gerotzt Und das ist so ne kack Blume Flapshot 1 Flapshot 2 Flapshot 3 Tschüssi Blöder Affe So, zack Dann wär auch erledigt hier Mahlzeiten Alles, oh wir fressen hier Alles weg hier Mahlzeiten So, der wird hier runtergeschlackert Der geht mir nämlich auf den Sack hier Komm, geh weg Komm, noch ein Stückchen Noch ein Stück, noch ein Stück Und geh baden Okay, da jumpt irgendwas im Wasser rum Der war mies Und ich möchte mich Und ich möchte mich erinnern Und ich möchte mich erinnern, dass in Welt 4 Gab's mein Memory Da kann ich mir dann sowieso erst mal Offscreen ein bisschen von Zeugs holen Weil ich aber noch immer noch nicht eine Einzel-Looper gehabt Und irgendwann werde ich bestimmt immer noch eine brauchen Ich bin mir bloß nicht sicher, wann Natürlich gibt's kein Bonus-Game Warum sollte ich auch bei zweimal in einem Part einmal bei 50% Chancen ein Bonus-Game kriegen? Ja, wer, 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 wer Halbwegs glücklich Das, nee, kann doch nicht sein Also Glück ist einer der Faktoren Die fehlen mir beim Games immer Das ist fast grundsätzlich so Ich will ja nicht immer sagen Aber fast immer Jo, der nächste darf denn Pink, wenn ich das richtig sehe, erledigen Und zwar irgendeins mit Platten und Schnüren Cool, ich bin gespannt, was bei 4, 7 dann rauskommt Und dann geht's auch Irgendwann in die nächste Richtung 4, 8 in den nächsten Boss Und dann sind nur noch zwei Welten Und dann Yoshi, sie sind offen, Freunde Bis dann wieder mal Macht's gut, hau da rein Und Tschüssi Kowski Ciao